Hi Leute, Double Feature, gemischt, Clone Bonus und dem Früchtespiel Tiara. Kann's abgehen? Muss es nicht. Wir schauen mal ein bisschen mit dem Tiara zu. Vielleicht ändere ich mal dann unterm Filmen das Spiel. Clone Bonus kann man sich immer reinziehen. Ihr kennt's. Ab geht's. Ein Euro Tiara. Gibt's Krönsche. Ihr wisst ja, Tiara ist die Papstkrone. Habt ihr ja alle gelernt. Auf dem Chimpansium. Ja, bei mir geht's immer ab. Ich hab's im letzten Video schon gesagt, Livestream wäre mal eine Sache von mir. Ich hab da Leute gesehen, die streamen da auch von zu Hause live und haben da richtig Leute, die ihnen da Geld zukommen lassen. Mir ist nicht ganz klar, für was das sein soll. Aber sowas gibt's. Ich versteh's nicht. Vielleicht kann mir da eine oder andere meine Kommentare schreiben, wie man so ein Livestream macht. Mal gucken. Ich hab übrigens einen riesen Konvolut Automaten gekauft. Also wenn ihr das Video hier seht, hab megamäßig zugeschlagen. 12 Geräte gesorgt, 12 Geräte gekauft. Auch ein Multi dabei von Bali. Schauen wir mal, wie es eBay weitergeht mit dem Verkauf. Müssen erstmal alle hergerichtet werden. Aber jetzt mal viel Spaß beim Krönchen und beim Klonmachen. Und ich brauche auch eine gute Frage in Deutschland zu haben. chewing Puzz osas Brrrr 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 Ballerleins hinterher, wir sind gespannt Bein Römerung Ah Ballerleins Schön Naja Ballerleins schon sehr klein mehr Leute Das ist das Problem, aber vielleicht kommt noch eins nach Schauen wir mal Schiebte nochmal an die Krönchen Oh, Double Future Geil Oh, zwei Stufen Runze Oh, der Ballerleins hinterher Und die Simmer Geil, das Bild Oh, schade Oh, nee Oh, nee Ja, 121 Ist doch geil am Tja, aber Ein Euro Kann man sich sehen Kann sich sehen was 50 Cent, 60 Euro 20 Cent 20 Euro Ja, nein Ist ein guter Gewinn Passt Schauen wir mal ein bisschen Tja, oder? Da wollen wir was anderes gucken Ich schau mal Tja Da ist das Oder Ja, das ist Dann Ich kann mich zu auch Schauen wir mal Es gibt nichts hier Es gibt nichts 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 So, baller noch mal rein, aber selten, dass der so ballert, aber der ist eh gerade in Geberlaune hier, mein TH4, komm, baller weiter Tiara, ah, schön, jetzt noch die dritte hinterher, dann glaube ich, dann knallt es wieder brutal, aber schönes Bildschirm, Mann. Das könnte was werden, Leute, da will die 7er dazwischen reinfahren, oh, 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 und da die 7er reinfahren. Ah, gibt er, gibt er, gibt er Tiara, sehr schön, Früchtespiel, spielst du nicht so auf das Früchtespiel, ihr wisst, bin ich so der Früchtespiel-Fan. Aber im Hintergrund könnt ihr mich tanzen sehen, beim Zocken. Ah, da war nix, gell, 100, 200 Euro waren das jetzt, Leute, puh, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, Alter. Das sind so kurze Zeit, dann müssen wir den Kronbonus noch ein bisschen laufen lassen, es ist auch noch mal Freispiele geben, komm Tiara, ab geht's. Sohn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, jetzt gibts halt mal, das wird nix mehr glaube ich mit dem Bomus hier, schade, aber tja, haben wir was gesehen, jetzt haben wir ein 7, naja, bisschen, oh, ich sag's und schon passiert's, lass uns selber wählen, oder, ist eigentlich egal, ja, pfläumchen ist aber gut, pfläumchen ist ein träumchen, plup, 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 ah, so ist er, ah, gut, oh, gut, oh, gut, ja, das kann natürlich auch oft passieren, dass er gar nichts gibt, bei den Bomus gar nicht so selten übrigens, ja, schaut mal her, ist hart, deswegen hören wir jetzt auch gleich auf, Pite beendet. Joa, jetzt machen wir einen Like da, Leute, ich dreh weiter, da haben wir nochmal einen 60er drin, wunderbar, genau richtig, zum Beenden des Videos, ich wünsche euch was, haut mal ein Abolein, haut mal ein Like rein, erklärt mal, wie Livestream geht, wenn man gleichzeitig filmt und dann am Computer schaut, ich hab keine Ahnung, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Sieht schon schön aus, ne? Aber ich hab ja noch viel mehr hier, wie ihr wisst, aber die alten, die zeige ich nicht so. Na ja, wir gucken mal. Tschüss. 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 Tschüss.